Es hat mir immer ein richtig geiles neues Minecraft... Oh, ich bin ein Potato! Minecraft Freedom Intro gemacht! Das werde ich jetzt kurz abspielen! Viel Spaß! Oh, ich habe immer noch die Potato! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mario Party! Wie immer geht der Kampf der Giganten in eine weitere Runde und ich gucke die ganze Zeit nur in die Facecam und habe noch nicht gesehen, was ich gewürfelt habe. Eine 4! Bist du noch bei mir? Ja, doch bist du. Hallo! Wo bist du? Ach da! Hallo! Hast du nur eine 3 gewürfelt? Ja! Och, Menjul! Du bist eine Luigi-Fresse! Ja, du auch! Nee! Doch, natürlich! Ich bin eine Top-Fresse, guck mich doch an! Nein, du bist eine Drecks-Luigi-Fresse! Der steht auch immer im Schatten von Mario, oder? Ganz ehrlich! Im Jahr des Luigis nicht, nee! Kennst du das? Es gab mal ein Jahr, da hatte Luigi Geburtstag! Und dann... Vor allem, es gab mal ein Jahr... Manu, hör auf, Crack zu rauchen, Alter! Hör auf für den Drogen! Die machen mich kaputt, Junge! Da kamen ganz viele Luigi-Spiele raus! Ja, ja, aber das war einfach nur, weil... Keine Ahnung! Ja, Mitleid! Sie hatten einfach nur Mitleid mit Luigi, weil sie sich dachten, ey, der Junge steht immer im Schatten von... Weil, guck mal, es heißt ja auch... Man sagt ja eigentlich immer Super Mario und Luigi! Man sagt nie irgendwie... Ach ja, Luigi! Und wer ist der andere von den beiden? Ach ja, Mario! Stimmt! Das sagt man ja nicht! Ja, das wäre ja auch absurd! Ja, weil Luigi hat auch Gefühle! Hat Luigi eigentlich eine Frau? Ja, dich! Oh, da gab es ja heute wieder heiße Diskussionen! Ich bin schon wieder tot! Die Leute sind wieder komplett ausgerastet bei Minecraft Freedom! Alter Schwede! Das mit Candy! Oh, Mann, oh Mann! Einer hatte sich beschwert! Der meinte auch, er guckt jetzt das Projekt nicht mehr! Weil, wie viele Frauen willst du dir denn noch holen? Entscheide dich doch mal! Leute, es ist doch nur ein Spiel! Es soll Spaß machen! Ohne Witz! Das ist Realität! Ich dachte, das wäre alles echt! Nee, das ist eine komplette Realität! Weil, das ist eigentlich, ist es die Realität! Bloß, wir packen die dann nochmal in Freedom rein! Genau, wir spielen unser Leben nach! Genau, ja! Das ist wie so eine Daily Soap! Und Leute, ihr müsst euch einfach mal ein bisschen... Ihr müsst euch mal ein bisschen durchschütteln, mal ein bisschen lockerer machen, was Freedom angeht! Und auch, dass die Folgen momentan ein bisschen kürzer sind! Da kann man nichts dran ändern! Eigentlich war heute noch die zweite Szene mit Bergy geplant! Ähm, aber die ist leider ausgefallen, weil der Typ einfach tot ist! Eine 6! Sauber! Busser ist tot! Nein, er ist nicht tot, aber er ist halt nicht erreichbar! Ich weiß nicht, was mit ihm los ist! Ich kann nochmal ganz kurz auf mein Handy gucken! Aber meine WhatsApp-Nachricht, die ich gestern 13.07 Uhr hat er nicht mehr abgehört! Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los... Vielleicht ist er verheißen im Urlaub! Oder so! Für ein Jahr! Für ein... Nein, noch ist es... Ach, komm, Hot Potato! Ach, die heiße Potato! Das kann doch nicht wahr sein! Wer bist du denn? Komm mal her! Cool, cool, cool! Komm wieder hinter dir! Übrigens, äh, Leute! Das wollte ich sowieso mal reinpacken hier! Ähm, es hat mir mal ein richtig geiles, neues Minecraft... Oh, ich bin ein Potato! Minecraft-Freedom-Intro gemacht! Das werde ich jetzt kurz abspielen! Viel Spaß! Oh, ich habe immer noch die Potato! Nein! Wie hast du dir instant wiedergegeben? Nein, das kann doch nicht wahr sein! Es wird mal an mir dran explodiert und einer... Einer davon warst du! Alter! Siehst du mich? Guck mal, wie ich hier sneak! Mann, dass du wegkommst, Menjel! Ich gewinn aber! Wo bist du denn? Ja, mich finde man nicht so leicht! Nee, auf gar keinen Fall! Ja, ey, ich finde, das ist ein schönes Intro! Äh, aber das Problem ist einfach nur, ich habe jetzt 200... Über 200 Folgen Minecraft-Freedom! Und jetzt das Intro zu wechseln, das ist irgendwie der falsche Zeitpunkt! Das hätte ich vielleicht vor 150 Folgen machen sollen! Und nicht irgendwie nach 200! Ey, ich bin mir da unsicher! Zumal... Alter! Ist dein Intro so wichtig? Oh, Menjel hat gewonnen! Ich komm, ey! Ich war jetzt echt 5 Runden oder so! Einfach nur hinter der Säule! Mich hat keiner gefunden! Du bist einfach ein Hacker, Alter! So, komm schon! Nee, aber fang doch jetzt damit an! Komm, bitte! Hast du eine Eins? Oder warum hättest du die Schnutze? Mann! Du bist aber trotzdem Dritter! Alter, wow! Wow! In Dreifelder bin ich hinter dir! So geil! Ja, bitte nicht auffohlen! Na, ich muss sehen! Ich muss sehen! Ich muss sehen! Ach, der Schissstand! Der Schissstand, Alter! Bist du wieder neben mir? Nee, die Noob-Endel! Glück habt! Das eine Mal, da hast du... Oh, das war echt eklig! Das war wirklich ekelhaft! Komm, Tee Zombies! Boah, ist der... Alter, der ist so schnell! Ja! Also, der Zombie! Oh, ich hab ihn getroffen! Ich hab auch einen von denen, aber nicht den schnellen! Oh, nochmal getroffen! Ah, jetzt, 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 jetzt! Ah, shit! Hier werden mir grad Sachen geklaut! Das zählt doch alles nicht, oder? Jetzt, wenn ich den treffe... Was? Wie kann ich denn dazwischen die beiden hauen? Na, Kompi, der reißt sich zusammen, Alter! Mann! Oh, gerade sieht's ganz gut aus, ey! Hä? Der Server, er laggede! Ja, er laggede! Wow! Was ist los? Ich... Ich hab schon seit... Fünf Sekunden oder so nichts mehr getroffen! Ja, willkommen im Club! Alter, was ist denn los? Mann, ich werd nervös! Mann, der leckt! Was? Loll! Vier Punkte, okay, gut, Gott sei Dank, ey! Alter! Zweiter Platz! Was ist denn, Gott sei Dank? Oh, guck mal hier, CAC-Bericht! Was? Ja, ich seh's! Das ist ja krass! Drei Spieler wegen Hacking gebannt! Ne sechs und ne zwei! Ne sechs und ne vier! Was ist denn schlecht? Dann hast du jetzt nochmal ein bisschen Abstand! Dann hast du auch das Schlechtes gelüffelt! Bowserfeld! Bowserfeld! Oh, nein! Nein! Ja! Warum vier Felder zurück? Weil ich jetzt neun Felder vorgebe, in der Verlierer! Alter, das kann doch nicht wahr sein! Ampelring! Wenn, wenn du ein Charakter wärst, ne, in Mario, dann wärst du hier in dem Spiel ne Verlierer-Fresse! Wieso, bei Ampelring? Nein! Hier! Anstatt ne Tot-Fresse, ne Verlierer-Fresse! Ich kann dir grad nicht folgen, aber ist alles... Oh nein! Oh, das war... Oh, einer ist verreckt! Ich bin Erster! Ja, seh ich, das ist blöd! Was ist denn hier los? Irgendwann eine Hex? Oh, Gott! Wird vorher eh noch sterben, wie Tippi diese nicht aufholen! Ja, klar! Ich seh's! Du mieses Schwein! Du mieses! Ne! Jawoll! Was? Jawoll! Jawoll! Der, das ist der Siegertanz! Sieht ein bisschen komisch aus, aber es ist der Siegertanz! Und eine Sechs! Da sind wir dabei! Eine Vier! Und eine Party bei Pidizel, Alter! Und eine Zwei! Party-Schwein! Und die Fünf! Da sind wir dabei, Leute! Jetzt gehen hier... Oh, Pidizel hat aufgeholt, nur noch vier! Oh, nice one! Ich weiß nicht, was halte ich heute so... Nein! Ich war mir nicht hundertprozentig sicher! Die komplette Stimmung rausgenommen! Oh, Elitia! Oh! Das ist... Das ist nicht meine Stärke! Das ist nicht meine Stärke! Geht doch! Ja, boah! Ich werde gewinnen! Ich werde gewinnen! Oh, ich bin gerade in der Ego-Perspektive! Ich auch! Nein! Ich bin dagegen gehummelt! Nein! Nein! Ach, das ist ja toll! Ich habe alles geschafft und dann bin ich nur abgesturzt! Ich glaube, ich bin besser in der Nicht-Ego-Perspektive! Oh, jetzt landen? Okay, gelandet! Exivated! Hallo! Danke! Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Kein Witz! Ich habe auch so sehr Rechtsklick gemacht und mich umgebracht, obwohl ich gerade im Ziel war! Oh, nice! Oh, für die auch! So, jetzt machen wir wieder... Machen wir doch mal nochmal Ego-Perspektive! Uh! Ja, ich habe das Modul geschafft, das Erste! Oh! Nein! Wie kann ich denn da hängenbleiben? Bitte! Oh! Mann! Illycia-Rennen! Kann nicht wahr sein! Ja, das Zweite habe ich auch! What? What? Oh, komm! Ja! Landen! 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 Ha! Ich habe es! Ich habe es auch! Exivated das doch! Danke! Komm! 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 Manu ist so leise! Nein! Ich war vorne! Ich war ganz vorne, bin aber dagegen geknallt! Das ist doch nicht wahr! Nein! Da bin ich jetzt gegen gehauen! Komm! Flieg doch! Ach, komm! Ach! Das ist alles unfair! Das ist alles! Was ist denn bei mir jetzt los? Ich bin hochgesprungen und... Oh! Und jetzt! Bin zu sagen, dass... Das Spiel... Nein! Oh Gott! Nein! Da sehe ich German Let's Ploy! Oh no! Nein! Minion! Oh, ich bin abgestürzt! Nein! Ich auch! Ey, das ist ja... Was ist das? Warum macht man denn da noch Blöcke vor? Jetzt bin ich schon zweimal da abgepuppelt worden! Nein! Du hast einen Ring! Welchen Ring habe ich denn verfehlt? Wollt ihr mich verkackeiern? Ich habe es! Ja! Ich habe das Ziel erreicht! Ich bin der Elytra Master! Mann, ich... Ich hänge... Ich... Hey, das kann ich knicken, Alter! Mann! Nee, noch ganze Zweite werden! Ah, aber noch Zweite! Da, ich sehe dich! Wird er es schaffen, Leute! Das bin ich nicht! Alter, sieht das cool aus! Nein, ich hänge da immer mit dem blöden Kopf! Ach da, ja! Das ist eigentlich auch das Schwierigste! Aber das habe ich irgendwie jedes Mal geschafft! Weil ich scheinbar echt krass bin! Und... Lol! Lol! Einer war gerade davor! Ach nee, ey! Was ist das? Oh! Oh! Ja! Manuel! Ja, das hatte ich auch! Oh! Nein! Nein! Ich bin hier unten, Manuel! Ich komme, ich komme! Ach Gott, Alter! Das ist doch... Was für ein Sche... Ja, ja, das ist mir dreimal passiert! Und... Ja, er ist Zweiter! Das kann doch nicht wahr sein! Und... Ja, nice! Ach, als ob! Du wurdest gehackt, Alter! Das kann nicht wahr! Jetzt muss ich wenigstens gut würfeln! Ich darf nicht... Ich darf nicht hingucken! Was ist es, Leute? Ist es was Gutes? Hoffentlich nicht! Bitte! Bitte! Eine 3, ja... Eine 5 und eine 4, und du? Eine 3! Oh, du hast... Oh, du hast gewonnen, du... Aber ich bin Zweiter, alles easy. Easy! Warte, ich bin Trinidad! Der hat... Was? Marco Reus hat noch irgendwas bekommen! Marco Reus! Aber egal! Auf dem Treppchen, meine Damen und Herren! Leute, das war es mit der heutigen Folge! Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da! Schaut bei German Let's Play vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt! Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag! Hier sind noch ein paar Videos! Falls ihr die noch nicht gesehen habt, alle Leute, hauen rein! Ciao! I love you! Also, sch patrie einst... ...- ...- ...- ....